Bitcoin Uniterium, was die nächste Bewegung? Lass uns das in den Charts herausfinden. Also, oh mein Gott, wie ihr sehen könnt, Bitcoin hat sich entschieden hier zu scheitern, an dieser Trendlinie und geht direkt runter. Das ist kein gutes Zeichen. Wir haben diese Unterstützungsbereiche wieder durchbrochen und es sieht ganz danach aus, als ob wir ganz runter gehen bis zu dem 200 Period Moving Average. Wir werden darüber reden und viel mehr in der heutigen Sendung. Und ja, ich befinde mich gerade in einer nicht veröffentlichten Gegend. Also, ich habe niemandem gesagt, wo ich bin. Die meisten wissen, wo ich bin oder viele wissen, wo ich bin. Und wenn du mein Instagram-Konto folgst, dann kannst du es rausfinden. Aber wenn du es nicht rausgefunden hast, dann schau dir mein Instagram-Konto an und finde raus, wo ich bin. Und schau dir die ganzen Videos an. Ich bin hier mit Carl from the Moon und erst in dem gleichen Hotel wie ich. Also, wir werden wahrscheinlich eine Kollaboration machen in der nächsten Zeit. Also, haltet die Augen auf dafür und es wird sehr viel Spaß machen hier. Wir werden sehr viele Sendungen haben. Also, haltet die Augen auf und denkt dran, mein Geburtstag kommt in der nächsten Zeit. Und wenn du einen ganzen Bitcoin gewinnen willst, dann musst du abonnieren, gefällt mir drücken und auch der öffentlichen Telegram-Gruppe beitreten. Die Links sind in der Beschreibung von dem Video. Wir werden jetzt gleich mit den Trades anfangen. Wir werden die Sendung heute etwas kürzer halten, aber das wird immer noch Spaß machen. Und ja, wenn du das traden möchtest, dann kannst du das tun bei bybit.davincij15.com oder bei femex.davincij15.com. Beide von diesen Exchanges geben dir einen unglaublichen Bonus. Eine gibt dir 3.000 und das ist bybit.davincij15.com und Femex gibt dir 2.500 Dollar. Das ist unglaublich und das ist einfach freies Geld. Ich meine, das sind 5.000 Dollar, womit du traden kannst. Das ist schon wirklich eine sehr gute Menge. Also ja, ihr könnt damit traden, aber geht sicher, dass wenn ihr tradet, dass ihr nur mit 5% tradet von eurem ganzen Portfolio. Also ihr möchtet nicht ausgelöscht werden, weil wisst ihr was, spielt immer von einer starken Position und werdet nicht zerstört. Das ist das Wichtigste. Ihr wollt nicht zerstört werden in diesem Spiel. Ihr müsst nur 51% richtig sein. Solange du ein 2 zu 1 Risiko zu Gewinnverhältnis hast, dann wirst du ein positiver Trader sein. Und das ist wie du überlebst. In diesem Markt. Also mit dem gesagt, lasst uns weitermachen mit der technischen Analyse. Aber bevor wir das tun, denkt dran, das ist Trading und Zerhaltung und kein finanzieller Rat. Bitte macht eure eigenen Recherchen, bevor ihr irgendein Geld in den Markt steckt. Also, wie ihr sehen könnt, wir werden das jetzt erstmal rückgängig machen. Also, diese Trendlinie hier, ich habe gehofft, dass diese Trendlinie halten wird. Und es hat es hier gehalten und es sah gut aus und es sah sehr gut aus. Wir haben die Linie hier gehalten und dann haben wir es durchbrochen. Und dann haben wir ein Hail Mary gemacht. Auf diesen Wendepunkt, auf diesen Short. Und lass mich zeigen, was ein Hail Mary ist. Weil das ist, was eingetroffen ist. Obwohl es sieht so aus, als ob es die 61.8 war. Lass uns nur sicher gehen. Ja, es war nur die 61.8. Und der Hail Mary hat nicht funktioniert. Auf der 78.6. Wir sind nur hochgekommen zu den 48.635 Dollar. Nur zu diesem Bereich. Und das war's. Und es sieht so aus, als ob es jetzt hier Game Over ist. Es sieht so aus. Ich meine, haltet den Gedanken, das ist Bitcoin. Und denkt dran, was Bitcoin macht. Es sagt, oh, du denkst, wir gehen runter. Nein, das ist Bitcoin. Und tretet den US-Dollar in den Arsch und in das Loch. Also haltet den Gedanken, wir können hier noch etwas seitwärts gehen. Und eigentlich kommen wir dann wieder hoch und formen ein größeres W. Wenn wir diesen Bereich hier durchbrechen, und der ist, lass uns sehen, der ist genau bei 49.650. Wenn wir diesen Bereich durchbrechen, dann könnt ihr sehen, dass Bitcoin richtig abhebt. Und bis zu den neuen Höhen geht. Also zumindest zu neuen lokalen Höhen. Und ich glaube wirklich, wenn wir das machen, ich glaube, dass diese Unterstützungsbereiche hier, sie werden massive Unterstützung sein. Sie werden höchstwahrscheinlich nicht so schnell durchbrochen sein, weil wir hier sehr viel Verkehr hatten in diesem Bereich. Also das wird eigentlich eine Wand sein. Für die Käufer. Und wir werden diese Gegend nicht nochmal sehen. Also mit dem gesagt, das höchstwahrscheinlichste Szenario zu diesem Zeitpunkt, weil wir haben jetzt zu diesem Zeitpunkt Trendlinien und Unterstützungsbereiche durchbrochen. Also das höchstwahrscheinlichste Szenario, was wir sehen, ist, dass wir höchstwahrscheinlich zurückkommen zu dem 200-Period-Moving-Average auf der vierstündigen Chart. Das ist, was ich jetzt gerade glaube. Also ich denke jetzt gerade, das 200-Period-Moving-Average wäre dann höchstwahrscheinlich hier oben bei der 78.6. Aber ich glaube, wir haben noch etwas Raum nach unten. Und wenn wir diesen Bereich hier durchbrechen, den 44.000-Dollar-Bereich, dann können wir sehen, dass die Preise sehr, sehr schnell sich bewegen. Lass uns rübergehen auf die größere Zeitebene. Nein, das ist nicht die größere Zeitebene. Und dann könnt ihr sehen, dass die Preise sich ziemlich schnell bewegen könnten. Bis zu den 43.000 oder 41.000-Dollar-Bereich. Und wenn wir uns noch was ansehen, wenn die Märkte sich entscheiden, eine große Bewegung zu machen, und das wäre eine große Bewegung, wenn wir runterbrechen bis zu den 46.300er-Bereich, ihr müsst einfach nur nach links schauen. Und wenn ihr nach links schaut, und dann seht ihr, es gibt nur grüne Balken hier. Also diese grünen Balken werden höchstwahrscheinlich sehr schnell ausgelöscht. Wenn wir hier runterbrechen, also ich glaube nicht, dass wir dieses 200-Period-Moving-Average auf der 4-stündigen Chart einfach zu halten werden. Und wenn wir rübergehen auf die tägliche Chart, ihr könnt sehen, wir könnten auch, ja, wenn wir diesen Bereich durchbrechen, dieses A, B ergibt C, D, worauf ich gehofft habe, das ist nicht mehr valide. Und wir werden ein neues Tief bilden. Und das bedeutet nicht, dass wir in einem Bärenmarkt sind und in einem bärischen Trend, noch nicht. Aber wenn wir durch den 40.000-Dollar-Bereich brechen, ja, dann könnten wir in einem bärischen Trend sein. Aber wir werden definitiv abprallen von den 41.000er-Bereich, auch wenn wir hier runterkommen. Aber das Problem ist, werden wir das nochmal testen und die 41.000, 40.000 durchbrechen. Das wäre dann tatsächlich die Millionen-Dollar-Frage. Und wieder mal, Bitcoin, es ist egal. Wir sehen es langfristig. Und lass mich das öffnen, auf der böchentlichen Chart. Ja, das ist eine schöne Verdopplung. Ich habe eine Verdopplung auf AR bekommen. Ich liebe die Altcoins, die richtig abheben jetzt. Und lass uns das größer machen. Also auf der monatlichen Chart. Da können wir sehen, dass Bitcoin das Potenzial hat, bis zum Mond zu gehen. Ganz ehrlich, wir sind abgeprallt von dem 13. EMA auf der wöchentlichen Chart. Und es sieht gut aus, monatlich gesehen. Und wenn wir auf die wöchentliche Chart gehen, lasst uns auf die wöchentliche gehen. Und wir haben sehr viele grüne Kerzen auf dem Weg nach oben. Also ich wäre nicht überrascht, wenn wir etwas runterkommen, um das 13. EMA zu testen, vielleicht etwas darunter zu gehen, auf der wöchentlichen Chart, und dann davon abprallen. Und dann bilden wir vielleicht hier eine Cup-and-Handle-Formation. Vielleicht sehen wir, dass sich das hier formt. Wie ihr sehen könnt, das wäre hier der Cup. Ups. Lass mich das rückgängig machen. Und dann muss ich das Magnet deaktivieren. Und ihr könnt sehen, hier formt sich der Cup. Und vielleicht könnte sich dann hier der Handle bilden, der uns dann hier rausbringt, bis zu neuen Höhen. Und das wäre einfach nur super. Und natürlich ist Bitcoin in einem bullischen Szenario. Und wir werden sehen, dass Bitcoin total explodieren wird. Also geht sicher, dass ihr auf diesem Zug seid, indem ihr Dollar-Cost-Evision in Bitcoin investiert. Und lasst uns rübergehen zu Ethereum. Ethereum geht auf und ab. Sehr viele verrückte Bewegungen. Also lasst uns rübergehen auf die vierstündige Chart. Einfach nur jedes Mal, wenn es ausbrechen möchte, wird es wieder runtergehämmert. Und wir sehen sehr viel, sehr viele Auf- und Ab-Bewegungen hier bei Ethereum und Bitcoin. Und das ist leider so. Aber wisst ihr, die Märkte verhalten sich oft so. 70% der Zeit sind in der Spanne und gehen seitwärts. Also 70% der Zeit und nur 30% der Zeit bewegen sich die Märkte eigentlich in eine Richtung. Und das bedeutet, sie gehen nach oben oder nach unten mit einer großen Bewegung. Also wir müssen verstehen, dass die Dynamik des Marktes so ist und damit leben. Und wir sind in dem Trend hier. Wir gehen seitwärts in diesem Trend hier bei Ethereum und höchstwahrscheinlich wird das diesen Bereich testen, den 200-Period-Moving-Average bei Ethereum. Und das sieht ja so aus. Wow, schaut euch das an. Die 38.2 könnte vielleicht halten hier bei Ethereum, wenn wir wieder zurückkommen und ja, wir haben ein neues hochgebildet hier. Also lasst uns das hier rüber bewegen, diese FIPS bis zu diesem neuen hoch, sodass wir dann hier die Genauigkeit haben. Ja, die 38.2, aber höchstwahrscheinlich, weil Ethereum liebt es, die Leute auszulöschen, diese Long-Position und höchstwahrscheinlich wird das die 61.8 testen, die bei dem 2800er Bereich ist, weil hier ein paar Longs sind und ich glaube, ihr solltet Profite nehmen, weil die Möglichkeit, dass wir weiter nach oben gehen, mit Ethereum ist unwahrscheinlich, es ist möglich, aber eine niedrigere Wahrscheinlichkeit, weil ihr könnt sehen, Ethereum hat hier sehr viele Verkäufer in diesem Bereich, die es wirklich ernst meinen zu verkaufen, wenn es in diesen Widerstandsbereich kommt, von 3000, 333 Dollar und 33 Cent. Okay. Also, wir haben das schon mal gesehen, also die lieben das, um das zu tun. Also, wenn wir uns das ansehen, wir sollten die 61.8 als höchstwahrscheinliches Ziel sehen, also vielleicht der 50% Bereich etwas darunter, weil wir diese ganzen Leute auslöschen, die hier ihren Stop-Loss haben, bei 2900 und 50 Dollar oder 58 Dollar und dann kommt noch hinzu, dass wir dann noch den 2900er Bereich haben, wo wir höchstwahrscheinlich noch Stop-Loss in diesem Bereich haben, in diesem Bereich von 2900, die sie da noch gerne auslöschen würden. Also, wenn ihr da einen Stop-Loss habt, erwartet das und dann werdet ihr nicht enttäuscht bei Ethereum. Okay, lasst uns rüber gehen zur Dominanz und lasst uns sehen, was da abgeht. Ihr könnt sehen, die Dominanz, oh mein Gott, ich liebe es, schaut euch das an, wunderschön, exzellent, radical. Ihr könnt sehen, wir sind seitwärts gegangen für eine ganze Zeit und dann war es ganz klar, dass wir diese Trendlinie treffen werden und dann höchstwahrscheinlich davon abprallen. Wenn wir dadurch gebrochen wären, das wäre definitiv nicht gut. Wir gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung für mein Altcoin-Portfolio, also wenn ihr sehen wollt, was mein Altcoin-Portfolio ist, dann müsst ihr rüber gehen zu davincij15.com und dann müsst ihr abonnieren. Und wenn ihr natürlich meine Referral-Links benutzen wollt, die findet ihr auch da. davincij15.com schrägstrich referrals und wenn ihr der Gruppe beitretet, dann bekommt ihr 50% Rabatt und kommt rüber, ihr könnt euch das ansehen. Schaut euch das an, ist das nicht wunderschön? und alles, was ich sehe, ist grün. Überall mit hunderten von Prozenten 200. Das ist gepreist im Bitcoin. Sweet! Und ihr könnt sehen, schaut euch diese wunderschön, wunderschön 200-prozentigen Bewegungen an, gepreist in Bitcoin. Schaut euch das an, 400%. Das ist der Weg, wie du es machst. Das ist, wie du bezahlt wirst in Krypto. Du benutzt eine Strategie, die dir hilft, mehr Bitcoin zu bekommen. Weil du weißt, was ich sagen will. Du weißt es. Bitcoin ist echt. Bitcoin ist hier, um zu bleiben und du musst ein Teil davon sein. Danke, dass ihr geschaut habt. Bis zum nächsten Mal.